Auch am 27. August stehen wieder viele tolle Gäste auf der Bühne des ZDF-Fernsehgartens. Diesmal ist das Motto. Partyspiele. Mainz, Andrea Kiewel, 58, begrüßt ihre Fans am 27. August bereits das 15. Mal dieses Jahr im ZDF-Fernsehgarten. Neben guter Laune und vielen Partyspielen können sich Fans auch diese Woche auch tolle Musikgäste freuen. Das Besondere diesmal. Andrea Kiewel muss nicht alleine moderieren, sondern bekommt prominente Unterstützung. Denn am Sonntag begrüßt Andrea Kiewel unter anderem Eric Filippi, 26. Wer sich allerdings auf eine Liebesshow mit Michelle, 51, gefreut hat, wird leider enttäuscht. Sie steht nämlich nicht auf der offiziellen Gästeliste. Dann soll Eric Filippi nämlich im ZDF-Fernsehgarten das Publikum mit seinen Songs verzaubern. Doch nicht nur eine Hälfte von Deutschlands neuen Schlager Traumpaar steht am 27. August in Mainz auf der Bühne. Andrea Kiewel hat sich noch weitere musikalische Highlight eingeladen. Mit dabei sind ebenfalls The Suite, Tim Peters, 33, Ela, 3, Julian Reim, 27, Fersengold, Robert Rettweig, 29, MOLOW X Nito Honor, Ex-Feuerherz-Mitglied Sebastian Wurt, 29, und die ehemalige DSDS-Jurorin Ilse de Lange, 46. Doch das war noch längst nicht alles. Der Fernsehgarten steht nämlich diesmal unter dem Motto. Partyspiele. Und dazu braucht man natürlich Spieler. Die Ehre geben sich Detlef D. Soest, 53, Eveline Burdecki, 34, Gülcan Kamps, 40, und Pascal Hens, 43. Damit der Fernsehgarten Spaß auch mit rechten Dingen zugeht, hat sich Andrea Kiewel Verstärkung geholt. Steven Getien, 50, wird diesmal an der Seite von Kiwi moderieren und die Spielregeln im Blick gehalten. Vielen Dank.